Hey zusammen, willkommen zu unserer allerersten Call of Duty Ghosts Runde, heute zusammen mit dem Debitor LP. Hallo. Und ich werde hiernach mit dem noch eine Runde aufnehmen, die werde ich dann noch wahrscheinlich hier irgendwo verlinkt haben. Die wird dann wahrscheinlich auch zeitgleich hochgeladen. Ha, wie schnell sterben denn die Gegner, what the fuck? Ein Schuss oder was? Ja. Warte mal, ich muss denken heute umschluss, ich schütze mich mal. Also wir haben noch nie gespielt, müssen wir nochmal dazu sagen. Das ist die allererste Runde, also wir haben gerade angemacht, reingegangen und... Noch kein... Das war gerade wirklich der allererste Gegner, den ich getötet habe. Du hast einen getötet? Ja. Der war ins den Tod. Achso, ich habe nur einen. Hä? Oh, ich habe erst jetzt... Tod. Okay, noch einen gekillt. Ja, wer ist der Pooh? Ja, geil. Noch habe ich keinen Tod. Oh, oh. Ja, genau. Komm, komm, komm. Ist er tot? Oh, fuck, er war tot. Boah, ich... Ich muss... Nein, mein erster Tod. Nein. Wo bist du? Ja, tot. Ah, ja. Nein, wo bist du? Zum Glück nehme ich nicht auf. Ja, wieso? Bist du so unglaublich gut? Ich bin unglaublich gut in diesem Spiel. Ich finde die Grafik auch richtig krass. Ja, es ist ein riesen Unterschied, ne? Für ein 2013er-Spiel ist das schon heftig. Boah, wie schnell man stirbt, ey. Krass. Ich muss das betonen, weil ich das... Also, ich meine, ich bin das schon gewohnt, dass man so schnell verregt, aber doch nicht so heftig. Ja, auch ein Schuss war das jetzt von hinten. Vom Gefühl her. Ja, weil wir Waffen haben, wissen wir auch noch nicht. Wir haben einfach die erste... Also, ich habe die erste Klasse genommen. Ein Soldat, ja. Okay, du musst empfehlen, ich kann mich später nochmal umstellen. Oh, ist das ein Kollege? Alter, was explodiert denn hier alles? Was ist denn hier los? Also, ich muss dazu sagen, ich sehe gar keinen. Und wenn ich einen sehe, dann... Bist du direkt tot. ...sieht der mich zuerst. Achso. Das ist mein großes Problem, was ich hier habe. Ich kenne die Map-Anhalt. Aber gut, die soll man ja auch kennen, ne? Ja, eben. Alter, ich habe voll den Aim-Bot an. Ich töte die alle. Was ist los? Was geht dir immer noch von dem anderen Spiel? Von Blackhawks? Na? Hä, was? Der Aim-Bot. Achso, ja, klar. Ist ja selbe. So, jetzt geht das ab. Was? Ja. Ha. Oh, Dreierpunkte-Serie. Wie aktiviere ich das? Drück. Eins oder zwei. Nein. Oh, ich musste nachladen. Fuck. Ne, fünf. Fünf ist richtig. Wollen wir mich verarschen, oder was? Der Satcom. Was ist denn der Satcom? Wahrscheinlich ein Satellit. Ja, aber das muss man richtig platzieren. Was ist das? Nein, nein, nein. Fuck. Ist doch nichts zu essen? Hä, was? Ne, ist schon gut. Wegen Sat, oder was? Ja, klar. Hinter dir. Na. Warum bin ich eigentlich eine Frau? Bin ich eigentlich auch eine Frau? Ne, ne? Ne, du bist ein Typ. Du hast einen Cock. Das habe ich direkt gesehen. Ja, das war ja klar, dass du sowas siehst. Oh, ich habe eine eigene Marke eingesammelt. Meine ersten Punkte. Oh. Hund getötet? Was? Nein. Da waren zwei... So schnell hätte ich mich doch nie umbringen können. Ich habe ihn getötet. Erste Mal. Krass. Boah, Leute, man. Also, ich habe das schon gehört, dass man schnell stirbt, aber... Ey, ist ja nicht normal, Mann. Ja, wo die Grafik nicht so gut ist, haben sie halt ein bisschen mehr die Tötungssequenzen gemacht. Genau. Haben sie die Tötungsgeschwindigkeit erhöht. Ach, guck mal, ich bin hinter dir. Geil. Kipp um. Meine Marke. Alter, lass mir doch mal meine Marke. Scheiße. Ich töte die alle und er klaut zu mir. Ich will auch Punkte haben. Lass mal fahren zusammen. Fuck. Oh, shit. Aber ich glaube, ich habe was... Ja, ich habe was freigeschaltet. Satcom-Verbindung. Satcom-Verbindung. Keine Ahnung, was der labert. Aktiviert. Oh, man sieht, dass die Gegner auf der Karte. Cool. Ach so. Ich bin hellauf begeistert. Ich glaube, ich darf nicht sterben. Was ist denn da? Ha, drumzitter. Ich bin am Epilepsieren hier. Aber wo wieder heißt, du hast einen Aim-Bot, ne? Ja, klar. Wenn man rumzittert beim Spielen, hat man direkt einen Aim-Bot. Na, hier ist schon mal falsch. Warum spielen die eigentlich die Botzen mit? Oh, nee. Nee. Oh, shit. Das war doch ein großes Feature, Mann. Ach so, das war eine der neuen Neuerungen, der guten. Ja, dass die Fische wegschwimmen. Ja, die sind... Ja, das fand ich auch cool. Was habe ich denn für eine Waffe? Oh. Ja, genau, ob ich hier durchgenommen werde, Alter. Ja, ich dachte mir nur so, oh, geil, das ist ja dann wie bei Mario. Von vor zehn Jahren. 15. Ja, die Grafik auf jeden Fall. Ja, die Grafik auch, klar. Oh, ich konnte einen durch die Wand drehen. Ich muss sagen, ich weiß gerade auch gar nicht, ob jetzt das ein großer Grafikunterschied zu dem vorherigen Teil ist, weil... Nee, gar nicht. Alter, was legen die denn so? Weil ich den vorherigen Teil jetzt halt auch schon ewig nicht mehr gespielt habe. Assist und dann wieder von hinten. Wie viele Punkte habe ich denn? 11 zu 12. Und das 5 zu 11. Oh, die Schnelle ist voll geil. Wie laut die Explosionen sind. Man hört dich wahrscheinlich gar nicht. Soll ich schreien? Ja. Aufgestiegen. Oh, ich bin voll hier aufgestiegen. Wie geht das denn? Keine Ahnung. Boah, war ich geil, ey. Was? Ja, klar. Ich hätte auch gerne mal was anderes freigeschaltet, als immer derselbe Scheiß hier. Das ist hier. Ach stimmt, wir setzen mal an einer, das Ding. 5. Ach, steht doch da dran, Freunde. Hey. Leute, ich werde hier nur weggeschwingen. Das ist so laut. Oh. Hey. Niederlage. Punkte Limit erreicht. Ich glaube, ich hatte den am Ende aus Versehen. Irgendwie habe ich die Waffe geswitcht. Ich weiß nicht wie ich. Krass. Ach, guck mal, Superzocky ist auch dabei. Ja, der ist nachgejoint. Ein, der alte Nachgejourner. Oh, die Lichteffekte sind aber deutlich besser. Ich bin tot. Ab deine Marke, ja. Danke. Wow. 50 Punkte von dir. Von dich. Von dich. Geil, danke. Korrekt, Mann. Nein, nein. Ist noch eine Marke. Ah, nee. Ja, genau. Ich töte ihn und dann ist da hinten noch einer. Wir haben die Führung verloren. Nein, von hinten. So eine Fotze wieder. Krass. Oh, komm. Ich wusste gar nicht, dass ich auch Fotzen spielen dürfen. Ja. Ist halt, äh, ist neu, ne? Ja, das ist das geilste Video überhaupt. Könnt ihr bitte mal wieder rauspatchen? Weil das kann ja gar nicht sein, dass die so eine Ausrüstung tragen kann. Ja. Mit der Statur. Brustattacke. Boah, das ist eine Marke. Boah. Das wurde mal bei Galileo getestet. Ob man jemanden mit Titten erschlagen kann. Oder töten kann, ersticken kann. Geht nicht. Schon ein bisschen blöd, oder? Ja. Wissen, was die Welt braucht. Ich habe noch keinen, glaube ich, getötet. Oder einen nur. Ich habe Feldbefehle, ey. Mann. Das ist wahr. Und jetzt habe ich sie wieder fallen gelassen. Wofür hast du die? Keine Ahnung. Das ist so ein kleiner Koffer, den einer hatte. Ach so. Und oben rechts siehst du deine KD auch, ne? Ja? Ja. Korrekt. Ich habe 1 zu 6. Nein. Ach man. Das kann doch nicht sein. 1 zu 7. Ach, toll. Man kann diese Sattkommen auch zerstören von den Gegnern. Ja. Gibt 100 Punkte. Krass. Geil. Am Arsch der Welt hinlegen. Der ist echt schön hier. Da war er zu gierig. Da war er zu gierig. Sag mal, wo war der denn? Ist da einer? Da war er. Ey. Jetzt steht schon 1 zu 9. 1 zu 9. Da muss man sich mal geben. Abschuss des Führenden. Oh, das wird wieder gemessert von deinem Spacko, ey. Alter. Kennen sie diese Messer, Spackos, die nur mit dem Messer rumlaufen? Ja. Die hasse ich. Oh, da ist keiner mehr, okay. Schnell. Von rechts, Mann. Ich wollte gerade weggehen, Mann. Oh, da kommt irgendwie ein Helikopter runter. Da hat er eine Vorräte. Ach, wird direkt Stil, ne? Na klar, direkt looten. Nein. Ich hab die Befehle. Die killt. Was soll ich mit dem Befehl machen? Könnt ihr wo reinstecken, so? Oh, ja. Oh, das Kollege. Ach so, erreichen sie 3 Abschüsse. Ah, das sind irgendwelche Aufträge, die man da hat. Ah, stimmt. Die ändern sich ja irgendwie alle paar Tage oder alle paar Wochen. Aber nur, wenn du die in der Hand hast, wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, wie geht das denn? Ja, die hat immer einen. Hui. Also, tötest einer, liegt dein Koffer. Und wie hebst du den auf? Drüber laufen. Nein, komm. Ja. Genau, jetzt kommen sie alle. Weißt du, ich hebe extra alles auf und dann hilft mir keiner. Das wird ganz merkwürdige Lags manchmal. Oh, ich fällt Befehle. Demütigen sie den nächsten Gegner, den sie ausschalten. Warte, ein T-Baggen oder was? T-Baggen sie den nächsten Gegner. Ey, seht ihr das auch? Ich glaube, die Leute sehen das auch wieder schlecht. Oh, komm, ich habe also nur, wenn ich einen Gegner sehe. Das ist ein Hund. Ganz komischer Zufall. Warum war da ein Hund? Ich habe keine Ahnung. Meine Marken, geh weg. Scheiße. Da oben ist er. Nein. Das ist das, wenn ich mal looten will. Das ist das. Da ist ein Hund. Und? Und? Ich habe eine. Okay, sieben zu. Was? Ne, fünf zu sechzehn. Ja, genau. Kommt wieder da der Hund rein. War das satt denn? Er beißt dann einmal ist man tot? Ja, klar. Jetzt habe ich drei Verluste innerhalb von zehn Sekunden gehabt. Da ist er. Der scheiß Hund. Ich renne zu dem. Ich kill den. Ma, ich will den Hund töten. Ich lasse mich doch mal leben und den Hund killen. Ja, Ende. War das eine grottige Runde, ey. Das war eine schlechteste Runde in meinem ganzen Leben. Ne, acht zu sechzehn. Ich bin gut. Ey, sogar er hatte eine bessere KD als ich. Was ist das denn? Ja, ich steige auf. Lass mal die nächste Runde abwarten. Dann geht das ab. Ja, gut. Wenn ihr die nächste Runde sehen wollt, guckt am besten mal hier irgendwo ins Video. Da ist das wahrscheinlich dann verlinkt. Wir sehen uns da. Tschüss. Tschüss.